Der Sturm flaut ab. So viel zur guten Nachricht. Die schlechte Nachricht, auch am Donnerstag regnet es den ganzen Tag. Also vergessen Sie den Schirm nicht. Der Sturm flaut ab. Dafür bleibt der Donnerstag ebenfalls regnerisch und grau. Die Sonne zeigt sich nicht. Mit Maximalwerten von 12 Grad bleibt es aber weiterhin recht mild. Auch am Freitag hört es nicht zu regnen auf und die Sonne versteckt sich hinter den dicken Wolken. Am Freitag ebenso wie am Samstag bleiben die Höchsttemperaturen im zweistelligen Bereich. Am Samstag kommt dann auch die Sonne für einige Stunden zu Besuch und das Regenrisiko nimmt ab. Mit Maximalwerten von 7 Grad wird es am Sonntag dann etwas kühler. Dafür bleibt es trocken.